Oh ja ja, fahr normal! Wieso treff ich denn mich? Ich hab auch noch nie übrig mit Fahrzeugen hier Nur so selber fahren aber hier Ah, und tötet! Sauber! Oh, tschüss! Ja, wie lang denn noch? Voll die Waffe, wohin denn? Ah, hier ist einer! Hau um! Ach! Mann! Hast du ja... Oh, voll im Kopf rein! 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 Boah! FPS-Anbruch! Ach, geil! Jetzt steck aus! Düm, 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 düm! Ah! Was war das denn? Boah, ich dachte schon, ich bin tot! Wobei das schon leicht bitter wär! So oft leicht! Die B-UP ist ‒ Jah, ich wusste drumAR- Dennis Play, Sima! ул家 apologise! Ja ... Oh, komm! Dann spring doch! Ach so! Zurück! Ja. Hä? Ach. Ach. Achso, man kann nur einen. Leute. Drei. Zwei. Eins. Sprengung. Oh. Kommt schon. Kommt schon. Da war einer. Oh. Ach, Mensch. Mein Name werde ich wahrscheinlich in die Beschreibung packen. Jetzt werde ich abgerufen. Ich kann jetzt... Ich kann jetzt... Ich kann jetzt... Nein. Das ist so. Ah. Ah. Redo. Irgendwie ruckelt das gerade ein bisschen. Geht das? Keine Ahnung, ob das jetzt was... Nee, hat nichts überhaupt. Lass mich damit schneller. Ah, da nehme ich mal sie. Das ist ein Muni hier. Ach, komm schon. Ich doch. Mann, 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 Mann. Rüber! Rüber, Jungs! Oh, sauber! Los, los, Bewegung! Los, los, Bewegung! Welcher bin ich jetzt? Ich hab doch gesagt, wir schaffen's! Welcher sind wir? Bestimmt explodiert jetzt alles. Boah. Oh, ha ha... Wow. Oh, Gott! Rundfunk 5 Personen haben sich getötet. Russland, Amerika. Jetzt ist ein kleiner Russland gegen Amerika. Wow. Cold War. Dann geht es mal los. Ja. Ja. Jetzt leg auf. Ja. Schon besser. Die hat nichts gemacht. Oder? Ist doch nicht zu glauben, dass du schon wieder durch ein Mienfeld fährst, Haggert. Ist das eine M60? Hey. Informieren sich da unten. Marlow. Treffen es in 5. Kein Problem. Was ist das denn jetzt? Hm. Gucken wir auf den Untertitel. Das bisschen, äh, asynchron. Im Kron. GPS sendet keine Signale für unseren Mann da unten. Bist du sicher, dass er da ist, Sarge? Na, wenn er uns nicht mit alten Infos verarscht hat. Wie hoch stehen die Chancen? Ist auch egal. Wir haben es fast geschafft. Bereit halten. Das war der reinste Magie, Sarge. Er hältst mir den Rücken frei. Du stirbst nicht auf meiner letzten Mission. Ja, Marlow. Und was wenn doch. Soll es alles ganz allein, wenn wir uns nicht beeilen. Bloß jetzt. Wir müssen uns mit ihm befassen. Früher oder später? Früher. Dann also Feuer. Jo, Leute. Okay. Oh. Ich hab nichts gemacht. Ist doch gut. Hab ich kein Messer? Halt wartet. Patrouille. Auf mein Zeichen. Auf eins geht's los. Und du kannst ihn nicht mehr weg machen. Ja. Du wirst dich zukommen. Doch. Es ist aber schnell. Neee. Da behalte ich die erstmal und... Ja. Wo ist denn lang? Achso. Aha, ein... Ein Schiff, was im... Wasser eingefroren ist. Oder was? Im Visier. Arc Angel, hier ist Bravo 2. Ich habe ein Fahrzeug und ein mögliches Schlüsselziel in Sicht. Verstanden, 2. Oh nein. Aber Schiff, du beschissener... Arc Angel, erbitte Eliminierungserlaubnis. Sarge. Arc Angel, er ist mobil. Bravo 2, Rachel. Nicht schießen. Nicht schießen. Nichts nicht schießen. Ich kill den. Warum haben wir den Bastard gehen lassen? Du hast erst jemanden, wenn ich dir es sage. Und jetzt komm runter. Deine Zeit kommt noch. Arc Angel, zieh es weg. Fahrzeug noch vor Ort. Bravo 2, Rachel. Die Stadt ist feindlich. Sichert das Fahrzeug. Habe verstanden, Arc Angel. Out. Wir habt ihn gehört. Okay. Also Arc Angel ist anscheinend der... Typ, der da noch so im... ähm... Revier oder was auch immer... rumhängt und dann... sagt, ob wir den killen dürfen oder nicht. jetzt dürfen wir auf einmal vor. Boah. Shit, 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 shit. I need a medic. 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 Das erinnert mich gerade ein bisschen an den Play, ja. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020